Hallöchen liebe Leute und natürlich wieder einer zu einer. Willkommen zu einer neuen, lange ist es her, Runde Prey. Jawohl, dann laden wir mal ein Spielchen. Jetzt muss ich aber mal gucken, welches Datum das war. Jetzt muss ich selber erst mal gucken. Blub? Ja, Blub, genau, ja. Das war ja vor dieser Sache. Ich muss gerade erst mal gucken, welches Datum. Ich glaube, das war das hier. Ja, genau, das ist das richtige Datum. Ja, sorry, dass wir die weiteren Datum, dass wir das neuere nicht nehmen können, aber das war die Aufnahme, wo mir leider dann natürlich der PC verreckt ist in dem Sinne. Wo es massive Störungen gegeben hat und dadurch ist natürlich dann mir der PC verreckt. Und ich habe natürlich dann bei dem zweiten Versuch, naja, da habe ich dann ungünstigerweise nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt. von Outer City. Aber jetzt können wir es natürlich alles wiederholen. Und jetzt werden wir auch erst mal ein bisschen spielen. Und ich habe auch alles wieder richtig eingestellt, also können wir es machen. Kein Problem. So, wo müssen wir überhaupt längs? Was stehe ich hier überhaupt? Okay. Wartungskorridore, südliche Stationen. Dann müssen wir hin, oder? Leute, wo müssen wir hin? Oh. Aua. Beruhig dich. Echt, nicht mehr beruhigen können. Hey, weißt du noch mal, wohin? Ach so, hier längst also. Warum sagt mir das nicht gleich einer? Hey, ach so, hier, danke. Danke, finde ich. Ey, passt übrigens echt nicht auf, ne? Was zum... Shit. Mehr Roboter. Roboter? Das sind Roboter? Das sieht für mich nach alles möglich aus, aber nicht nach Roboter. Hallöchen, ich will mal was fragen. Hallo. Hallo? Nicht so unfreundlich. Drecksau. Oh, echt, ey. Also nicht mal aufpassen tun die Leute hier. Und dann sind die noch so unhöflich. Ich fass das nicht. Hallo. Unhöflicher geht's wohl nicht, ne? Ja, gut, danke. Hast mir. Danke. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Er war nicht unhöflich. Trotzdem, was für eine Drecksau eigentlich? Nicht mal aufpassen können die. Ähm. Also hier geht's wohl schon mal nicht weiter. Ach, hier geht's weiter. Na? Ey, nicht aufpassen, ey. Die haben echt ein Aufpassungsvermögen. Ich hake diese fucking Roboter. Na. Komm, drunter. Ha. Na los. Ja, kommt jetzt runter. So. Tja. Knöpfchen. Trüi, tra, trulala. Knöpfchen. Schick. Ui. Schwerkraft. Leck mich am Arsch. Na toll, jetzt ist die Waffe weg wegen dir. Ich hasse Leute, wegen denen die Waffe weg ist. Momentchen mal. Zip. Ha. Lol. Das geht. Nur das hoch geht leider nicht so. Und wir sind gleich noch in einem ganz anderen Gang. Bumm. Auch nett. Tja. Komischer Gang. Toll. Das war echt eine tolle Überraschung. Hat ja super geklappt mit euch. Echt. Ich bin beeindruckt. Wirklich. Tja. So eine Waffe als ob. Oh, wow, wow. Fucking hell. Ja. Was ist das denn für ein fettes Tier? Bleh. Fetti, fetti, bum bum. Aber richtig, ey. Ach, nicht das hier. Nein. Oh. Verdammt nochmal. Nein. Autsch. Also wirklich. Ich fliege hier fast auf die Fresse. So. So. Voll. Auch okay. Ähm. Hä? Höher. Rauf da. Hä? Ich mag dieses Rätsel. Ich hab's vorher. Ich hab das schon beim ersten Mal und auch beim zweiten und dritten und vierten Mal Probleme gehabt. Oh. Gehen wir mal hier durch. Yay. Jetzt gehen wir schon mal ein Stück weiter. Aber trotzdem sehr verwirrend hier. Hallöchen. Ähm. Hallöchen. Au, Mann. Einer wehgetan. Okay. Ich hab jetzt irgendwas aktiviert. Jetzt hab ich da hinten was aktiviert. Da. Hä? Ha. Geil. Hat auch noch funktioniert. Und du hast mir nicht geholfen. Jetzt hab ich alles alleine hingekriegt. Wozu gibt's dich überhaupt? Hä? Du hielst ein Scheiß-Dreckrad. Schicke Aussicht Da kann man sich garantiert gut da Ja doch, von der Sicht her kann man glaube ich da gut wohnen Ist eine wirklich gute Aussicht Eigentlich eine gute zentrale Lage Zu allem Doch, also ist nicht gerade schlecht Oh, ich habe Eis Nee, dann nehme ich das hier Bringt viel mehr Spaß Na ja, muss ja so rein Wieso muss ich immer durch irgendwelche dummen Schächte rennen Obwohl ich auf die überhaupt keinen Bock habe So Jetzt macht es gleich Bumm Ich sage, das macht Bumm Ha Leck mich Leck mich Leck mich Na, wollte Probleme Also los Ha Lächerlich Da kommt Ich mache euch alle platt Autsch Ja Na komm Tja Ja Ah Ah Schnauze Was willst du, hä? Lass dir auch noch so blöd Na ja, zum Glück war es keine Nelson-Lacher Boah, dann wäre ich wütend Ähm Jen Tolles Kapitel Vielleicht hätte ich Vielleicht hätte ich mal anfangen sollen Alles nach Kapitel auszurichten Von Überschriften her Aber das wäre zu langweilig Mann, 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 Mann Ich kann Dann habe ich ja das Gefühl, es läuft alles ungewöhnlich schnell Nett Alles nett Hm Also von dir, also Wenn ich das mal so dran lecke Doch, es schmeckt für mich ein bisschen nach Ja Definitiv nach Morgun Morgun Blut Ja, es ist definitiv Morgun Blut Oh Gott Morgun Blut Welches kranke Genie Kampfi dir mit Morgun Blut Irgendein Genie kam drauf Und übrigens, das ist für mich leider jetzt Zwar steht Es wird zwar jetzt in der Überschrift auf jeden Fall blind stehen Aber es ist für mich rundherum noch nicht klein, ne Es wird für mich jetzt auch für eine Weile nicht blind sein Weil, wie gesagt Hat einen Tick vorgespielt Wegen Viel falsch gemacht Gut Was steht da überhaupt drauf 24, 32 24 32 Schön Na gut, das hätte noch hier gestanden Auf der Tür gestanden Danke, dass du so nett bist und mir den Code hier ranschreibst in deinem Blut Sehr nett Finde ich gut Hast du Kalligrafie gelernt? Sieht sehr, sehr gut aus Sehr, sehr sauber sogar Hast garantiert eine Eins geschrafft, wa? Ja, ich schätze nur, du hast eine Eins gemacht So Genau Wenn man die Drogen da von dem Tier da bekommt, dann fühlt man sich immer so gut Jen Jen, Jen, ich bin hier Ich muss da runter Hey Die reagiert nicht Die ist sowas von weg gerade Die reagiert überhaupt nicht Oh Ups Au Ich hab was ins Auge bekommen Sieht mir keine Lebensenergie ab, aber ich bekomm was ins Auge Und du hast ja wirklich eine tolle Reaktion, ey Du hast ja wirklich eine Wenn man die Drogen in die Drogen weg ist, dann ist die Drogen Zeitung Wenn man sich immer so an, wenn man sich der Drogen wegkippt